Willkommen zu Limbo! Zum Starten bitte die Wege-Taste drücken. Ich hab die Leertaste gedrückt. Jo. Das ist wunderschön. Vielen Dank. Aha. Dann spielt das Spiel mit den Falltasten, okay. Hui! Okay, wie macht man das jetzt? Ich muss da wahrscheinlich draufklettern. Oder kann ich da irgendwie was festhalten? Kann man sich festhalten? Ah! Mit Steuerung kann man sich festhalten. Ja. Gut zu wissen, ne? Verdammt, ich hab die Springtaste nicht gedrückt. Egal, jetzt weiß ich ja, wie's geht. Hoppala, hoppala. Springi, 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 runter. Ey, wir haben überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Wir wollen einfach nur... Ich denke mal nach Hause. Wir springen hier durch die Gegend. Lalalalalala. Lalalalalala. Hier haben wir natürlich unser Boot abgestellt, ist ja klar. Springi, springi, springi... War da was? Hm, kann ich das Boot ziehen? Warte, so. Das macht der Junge den ganzen Tag irgendwo hochklettern, dein Leben riskieren, durch der nächste Wald hübsen, über... zu sterben. Kann man das auch ziehen? Ach, das kann man ziehen. Und sterben. Ähm. So, geht doch. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Scheiße. Das ist ein komischer Junge. Hm. Ja, war ja klar. Gibt es denn so einen Erfolg von wegen 10.000er gestorben? Jo, wie komme ich da jetzt am besten hoch? Oh. Oh. Okay. Genauso, wie ich das vorhin auch machen wollte. Nur bin ich dann gestorben. Schubidubidu. Schinstock. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bitte. Mal eventuell den Stein sehen. Gerne, den Sie ein. Den Sie, den Sie, den Sie ausbauen. Hing. Den Sie an, Herr. Sie ist nicht so. zu weit gesprungen. Anscheinend sind da schon viele gestorben, weil da sind so viele Fliegen. Komm schon. Nein, du solltest hier ziehen. Oh nein, 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 nein. Oh, fast. Nein! Ah, Mann, warum? Okay. Okay, okay, okay. Jetzt mach ich's aber nochmal. Keine Sorge. Das sieht irgendwie voll creepy aus mit den Augen. Oh. Jetzt bist du... Oh, kommt schon. Ah. Komm schon. Das schaffst du. Los. Okay. Hoffen kann der Junge nicht schwimmen. Warum nicht? Haben die das deine Eltern nicht beigebracht? Komm schon. Komm schon. Okay, ich hab keinen Plan, wie es geht. Ist hier oben irgendwas? Was? 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 Ich guck mal hier hinten, ob dann... Da lag doch irgendwo ein Stock oder sowas. Vielleicht muss man den Stock ja auch... Ich zieh die Kiste jetzt erstmal raus. Mal gucken, was passiert. Vielleicht muss ich auch da vorne auf dem Baum oder sowas. Der Wald. Das sieht so aus, als ob man da auch drauf kann. Jetzt decken sich einige. Aber jetzt erst... Jetzt hast du es erst geschickt. Nein. Zu wenig Schwung. Hopp. Hopp. So. Nein. Ja, ich wollte jetzt die Leertaste drücken zum Springen. Komm schon. Nochmal. Nochmal. Ich hab... Ich hab gedacht, das gilt. Wie süß, seine Beine da so schwingen. Ich habe kleine, süße Beine. So. Lass mich raten. Das fällt jetzt im Wasser und wir können... Jetzt schieben die Kiste trotzdem mal noch... ...noch da hin. Ja, komm schon, du blöder... Passt's. Ich hab Schiss, dass ich jetzt sterbe und dann ist es nicht weg. Jetzt schaffe ich das. Ach, gut. Oha. Habe überhaupt keine Angst. Ich weiß, dass die Dinger... ...lässt eine Spinne und die kann uns töten. Ich weiß nicht. Kann man hier einfach durch... Aua. Ich bin erschrocken. Nein. Oh Gott. Okay. Guck mal wieder. Obwohl. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aua. Ich mach mal den Zaun ein bisschen leiser. Bei mir jedenfalls auf dem Ohr. Ähm. Waaaaa. Das war knapp. Au, das ist also... Da ist also immer ein... Nein. Zur Seite. Äh, verdammt. Also hier ist nichts mehr außer diese Bärenfalle auf dem Baum. Da kann man auch sicher irgendwo drauf. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwann. Näh. An diesem Baumstuf kommen wir nicht mehr. Hier ist ein Stock. Ich will ein Stock haben, Mann. Kann die... Kann der mir nicht folgen? Oh. Ich stand zu nah dran. Scheiße. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass man, ja, auf jeden Fall die Falle runterholen muss. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich bin so klein. Ich bin so klein. Ich bin so weit oben. 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 Ich bin so weit oben.